Weiter geht's mit der Party, wir übernehmen unseren nächsten Laden. Oh oh! Warum tun Sie das? Weil ich den Laden übernehmen will. Seien Sie ein braves Mädchen und geben Sie mir, was ich will. Du machst mir keine Angst, Corleone Bastard. Das war die falsche Wahl. Äh. Bitte, ich will keinen Ärger. Ja, zu spät. Einige Leute kapieren es einfach nicht. Was kostet das? Sagen Sie einfach, was Sie wollen. Mehr Geld. Hallo, ey. Einige Leute kapieren es einfach nicht. 700 Dollar schon? Wie viel kostet das? Meine Geduld hat Grenzen. Okay, ich hab schon verstanden. Hast du eine Zwillingsschwester? Ja. 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 Was? Soll ich dir in den Arsch treten? Nein. Nein. Ja. Nein. 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 Wie viel Dynamit habe ich eigentlich? Wer geschmuggelt, muss zahlen. Verstanden? Also gut, ich hoffe nur, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Was passiert da was? Mit einem leeren Raum. Vielleicht wacht man hier auf, den kann man wahrscheinlich bestichen. Oh! Wahrscheinlich könnten wir hier, wenn wir verhaftet werden. Bestimmt für irgendeine Mission. Du willst wohl unbedingt sterben, was? Nö, freut nicht. Eckige Reifen, eher. Was könnte ich dem Don? Zum Teufel ist der Kerl. Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern wir hier schon mal waren. Ich glaube, hier waren wir aber auch schon mal, ne? Das ist doch eh ne Typ hier wieder. Aber ich denke, der macht ein Upgrade hier für uns. Ja, hübsch was? Ich mach dir einen guten Preis. Oh. Ich kaufe mal einen. Die habe ich dir zu. Pass auf deine Finger auf, okay? Sonst hat er hier nützt, ne? Was ist? Sind wir im Geschäft? Nö. Kein Bedarf. Aber er sagt doch immer an. Äh, upgrade. Händler. Ach so, Schrägstrich. Okay, also kann es beides sein. So, die... Ich frage mich, was das hier für ein Symbol immer ist. Werkstatt oder ist das eine Lackierei oder so? Das sind die Bullen. Da sind die Bullen. Da sind die Bullen. Dann haben wir hier in der Ecke soweit eigentlich... Alles fertig. Das scheint das... Ist das noch ein Speicherpunkt, den wir kaufen können oder was? Das ist auch scheinbar ein Speicherpunkt. Die Ecke wird hier ein bisschen gefährlich. Hier sieht man, glaube ich, ja gar kein Pfeil oder so. Was ist das hier für ein Dollar als Zeichen? Da müssen wir mal hin, glaube ich. Bevor ich mit der Mission weitermache, will ich eigentlich lieber erstmal die Arne Bank. Äh, traue ich mich noch nicht unbedingt. Ich brauche einen Drink. Kann ich Ihnen helfen? Nö. Oh, die Ecke ist hübsch. Jo, suchst du was Bestimmtes? Soll das Wasser sein? Nö. Die habe ich dir zurückgelegt. Ah, kein Bedarf. Wann ist das spät? Hey, hast du Tomaten auf den Augen? So, haben wir hier auch irgendwo wieder eine Filmrolle. Hier nicht, das ist ja eine Frechheit. Ich frage mich gerade so ein bisschen, was das immer darstellen soll. Haben die da einfach noch eine Tür vergessen oder so? Ah, cool. Yeah. Aber was ist das? Ah. So. Was nehmen wir denn diesmal? Ähm. Ich investiere nochmal in Schießen, glaube ich. Kommst du morgen zum Pokern? Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo nochmal diese Ecke war, wo wir hinwollten eigentlich. Jetzt. Links. Hey, haben wir aber gut gefunden. Deshalb habe ich dann Hunger. Da sah eben so verdächtig aus. Hm. Das wird der Laden sein. Oh, das ist ein bisschen eklig hier. Die Ecke. Das war das letzte Mal, dass ich ein Taxi genommen habe. Was ist los mit Ihnen? Was stinkt hier so? Sorry. Haben Sie hier oft Probleme mit Betrunkenen? Ich könnte mich darum kümmern. Niemals. Ich habe mächtige Freunde, okay? Ich habe jetzt ehrlich gesagt angenommen. Die kommen angeschissen. Sie haben kein Recht. Was muss ich tun, damit Sie aufhören? Ich mache doch noch gar nichts weiter. Weiter geht's mit der Party. Wir übernehmen unseren nächsten Laden. Tut mir leid. Aufhören. Oh oh. Du Mistkerl. und geben sie mir, was ich will. Du machst mir keine Angst, Corleone-Bastard. Das war die falsche Wahl. Äh. Bitte, ich will keinen Ärger. Ja, zu spät. Einige Leute kapieren es einfach nicht. Was kostet das? Sagen Sie einfach, was Sie wollen. Mehr Geld. Hallo, ey. Einige Leute kapieren es einfach nicht. 700 Dollar schon? Wie viel kostet das? Meine Geduld hat Grenzen. Okay, ich hab schon verstanden. Hast du eine Zwillingsschwester? Kann ich dir in den Arsch treten? Nein. Vielleicht haben wir Glück, und das war der Einzige. Wie viel Dynamit habe ich eigentlich? Kann ich ein bisschen umdekorieren. Ich halte das den ganzen... Du denkst, du bist mir gewachsen? Versuch's doch. Ich ergebe mich! Wer in dieser Gegend schmuggelt, muss zahlen. Verstanden? Also gut, ich hoffe nur, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Wann ist mal wieder Zahltag? Wann ist mal wieder Zahltag? Vielleicht wartet man hier auf. Vielleicht wartet man hier auf, den kann man wahrscheinlich bestichen. Oh! Wahrscheinlich landen wir hier, wenn wir verhaftet werden. Bestimmt für irgendeine Mission. Du willst wohl unbedingt sterben, was? Nö. Freut mich nicht. Eckige Reifen, eher. Aber nur, was du bitte gesagt hast. Muss ich sie erst verprügeln? Hast du genug? Aufhören! Was willst du? Sie haben schlechte Karten. Die Corleones fordern ihren Anteil. Verstanden? Keine Schmerzen mehr. Ich zahle. So. Sehr schön. Meine Damen und Herren. Ich bin euer Dantschlocher. jessica uschia kommt zu mir so mist wo habe ich nur geparkt jetzt haben wir noch ein laden hier sind die bekloppt jetzt fangen die schon an zu ballern hier gut folgenpauserspitze bedanke mich bis dann